Guten Morgen, alle zusammen. Ich willkommen euch heute, herzlich willkommen in der Kirche, in der Gemeinde. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Zeit. Und ich glaube, wir haben eine gute Zeit. Okay, aber was für heute? Ich habe ein Liebevers für heute. Von Psalms 51. Aus dem Psalm 51. 10. Vers 10. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Schaffe in mir, Gott, ein reines Gatsch und gib mir einen neuen, sehr guten Geist. Amen. Amen. So, let's stand up together and pray. Lass uns einmal aufstehen und nun mal an mir rufen. Gott, wir sind heute Morgen hier. Wir bedanken dir, Gott, dass du es hier geschafft hast. Und wir bedanken dir, dass wir es heute geschafft haben, der Herr. Es ist ein Frieden, weil du einen Papa, so Gott, dass du es hier bist. Und du hast etwas Besonderes. Wo sind wir hier? Wir sind hier, asking you, our Father, to create in us a new heart. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns ein neues Gatsch und schaffst. Und du gibst uns den Spirit, dass du uns einen Geist gibst, Dein Wort zu verstehen, dein Wort zu verstehen, dein Wort zu verstehen, uns darin zu üben und zu leben in es. Und darin zu üben. Guide us today, our Father, die Singers, our Father, das Lobpreisteam, die Bibel, die Preacher, our Father, die Predigten später, dass, oh Father, dass wir alle es verstehen können, dass wir alle es verstehen können. Und dass es uns leiden möge, Herr Vater, dass es uns leiden möge, Herr Vater, dass es uns leiden möge, Herr Vater, we invite you, the Holy Spirit, in this place. Und darum laden wir dich, Heiliger Geist, ein an diesem Ort. In Jesus' Name, I pray. Im Namen, Jesus, bitte ich. Amen. Amen. Heute ist der Start für eine neue Woche. Man muss sagen, wie du deinen Tag startest, das ist wie du den ganzen Tag in New York. Und wie du deinen Tag anfängst, so wird der ganze Tag sein. Also wenn du morgens aufwachst mit einem zerknirschtem Gesicht, dann wirst du den ganzen Tag über dieses Gesicht mit dir rumtragen. Aber wenn du morgens mit einem glücklichen Gesicht aufwachst, so wie meins, der ganze Tag wird ein glücklicher Tag sein. Amen. Also sollten wir jeden Tag mit einem glücklichen Gesicht aufwachen. Auch wenn wir wissen, dass da vielleicht kein Geld in unserem Kopf ist, dann denk nicht darüber nach. Sondern denk einfach an das, was Gott an diesem Tag tun kann. Und das gibt dir Freude, den Tag zu schaffen, durchzudien. Und bevor wir starten, lass uns noch mal bitten. Vater, in der Name of Jesus, Herr, begann dir, dass wir heute hier sind. Wir geben dir die Ehre, dass du uns die Stärke für unser Leben gibst. Dass du dafür gesorgt hast, dass wir leben heute Morgen. Es ist für uns etwas Großartiges zu sehen, dass die Sonne aufgeht. Wie die Vögel am Morgen singen. Vater, es ist etwas Wunderbares, am Leben zu sein. Dafür möchte ich dir danken heute Morgen. Und ich beten, dass jeder, der hier ist, diese unausschöpfliche Freude erfährt. Und dass nichts deine Freude rauben kann. In Jesus' Namen, Gott. Amen. Halleluja. Und dass jemand anderes überwältigt war, wie sie gebetet hat. Und er fragte, wieso betest du so? Kannst du nicht einfach ein normales Gebet sprechen? Und nicht so viel Lärmchen brauchen. Wenn du Gott um etwas bittest, es ist egal, was für andere Dinge herum passieren. Für dich ist es kein Wunsch, was du denken. Denn du kennst die Situation, in der du durchdrehen steckst. Du kennst die Dinge, die dir in den Schmerz tragen. Und du bist der Einzige, der es Gott wirklich erklärt. Und du hast die Möglichkeit, die du hast, mit Gott zu sprechen. Sprich mit Gott, so wie du dich fühlst. Damit der Herr hören kann, wie du dich fühlst. Wenn du durch Herausforderungen gehst, dann wird es nicht so sein, dass einfach, wenn du sagst, Herr, verändere deine Situation. Dann wirst du nicht einfach nur sagen, Herr, meine Situation anders, sondern du wirst anfangen zu schreiben. Sag ich, Herr, verändere deine Situation. Es wird nicht so sein, wenn du sagst, mit Namen Jesu. Aber ich sage dir, es ist ein Schmerz auf mein Leben. Wenn du dich um mein Leben gemast. Dass die Dinge, die nicht in den richtigen Ort stehen, werden in den richtigen Positionen. Dass die Dinge, die nicht in der richtigen Ort stehen, sind, dass sie nicht in das kommt. Dass meine Liebe beschleunigt werden, dass es etwas macht. Dass meine Liebe verliebt, dass es etwas macht. Dass meine Liebe nicht verliebt. Dass sie nicht verliebt. Dass sie nicht in dieser Welt. Dass wir nur von allem sagen. Weil ich für eine Grunde bin. Ich bin für eine Grunde. Ich bin kein Fehler. Ich weiß nicht, wie es fühlt, wenn Leute auf dich aufhören. Ich sage, will ich es nicht machen? Ich sage, will ich es nicht machen? Ich sage, nicht Loser nicht. Lass Menschen das Licht in dir nicht auslöschen. Wenn die Bibel sagt, dass das König des Gottes soffert violence, und die violence, die du mit der Kraft genommen hast, ist es nicht so, dass du dich violent fühlst. Es ist so, dass du dich violent fühlst. Es spricht davon, dass du wirklich lebst im Geist auf. Und du wirst deine Hände gegen alle anderen, die sagen, du kannst es nicht machen, ich sage, ich, wenn du die Bibel sagst, ich werde es in der Name von Jesus machen. Ich werde es schaffen in der Name von Jesus. Ich werde es schaffen in der Name von Jesus. Ich werde erfolgreich sein, auch wenn andere nicht erfolgreich sind. Alle, wo ich mein Fuß drauf setze, wird es nie gehören. Alle, wo ich hingehe, soll das Licht leuchten. In der Name von Jesus, du bist die Träger des Wortes Gottes. Jesus wohnt in uns allen. Und darum sind wir der Salz dieser Erde. Und darum sind wir der Salz dieser Erde. Und darum machen wir alles geschmackvoll darin, wie wir kommen. Und darum machen wir alles geschmackvoll darin, wie wir kommen. Im Namen von Jesus. Sollten wir nicht denken, dass wir wie ein Stück Dreck sind, das in der Ecke liegt. Im Namen von Jesus. Oh, ich bin ein Stück Dreck. Die Kraft Gottes ist hier, als die Kraft Gottes ist hier. Wenn es da ein Mann oder eine Frau gibt, die beten kann, dann ist da ein Gott der Antwort. Wenn ein Mann oder eine Frau da ist, um zu beten, dann ist da ein Gott, der antworten kann. Mein Gott ist heute dein Gebet beantwortet. Etwas verändert sich. Die Atmosphäre verändert sich. Und weil Männer und Frauen sich aufgestellt haben, um zu beten, dass ihr den Annointenbergen berührt habt. Und dadurch schüttert ihr das Kämpfe des Feindes. Etwas arbeitet. Etwas passiert. Etwas bewegt sich. Etwas bewegt sich. Und wenn du kannst, dann ist da ein Gott, der antworten kann. Dann ist da ein Gott, der antwortet. Ja, ich sage dir das Gebet. Ja, ich sage dir das Gebet. Er hat dein Gebet beantwortet. Konsumfeier. Ja, ich sage dir das Gebet. 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 ZANG EN MUZIEK 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 Father, I thank you so much for your glory, for your power, for your anointing, giving on to right this morning. Praise you, in Jesus' name. Amen. Amen. Will you give God a round of applause? Give God a round of applause. Ah, God is good. God is good. Thank you so much for your praise and worship. And I pray, I pray in the power of God who demonstrates. There is something going on in the spiritual realm. But I am here to announce to you, that God has said, he has done it. You are a winner. You are a winner. Can you make a sign like this? Make this sign. I said, make this sign. I said, I am a winner. 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 We will not lose any battle from now on west. No weapon form against you will prosper. I suffer from today on west. I am standing here as the prophet of God to tell you she will not lose any battle. You are the winner forever, forever. It is going to be good. Sit down. Let us go quickly to the word of God. So let us tell our Bible quickly. To the first book in Kings. The first book of Kings. Chapter 18. Let us read from verses 41 to 46. And they lighted himself unto Aiah. Get thee off, eat and drink. For there is the sound of abundance of rain. So Aiah went off to eat and to drink. And the light went off to the top of the camel. And to cast himself down upon the earth. And through the space between his legs. And said to himself, go up now, look towards the sea. And he went off in lieu and said, there is nothing. And he said, go again seven times. And it came to pass at the second time that he said, The girl, there arise a little cloud out of the sea like a man's head. And he said, go up, say unto Aiah. Prepare the chariots and get thee down that the rain stop thee not. And he came to pass in the meanwhile that the heavens was black with cloud and rain and wind. And there was a great rain. And Aiah rode and went to Jezreel. Verse 6. And the end of the Lord was on the light. And the end of the slums and ran before Aiah to the entrance of Jezreel. im котором was there ? No. No. OK. And when Aiah was off here, from Eiah to eat and drink, herkulled in Lieden. and took Aslar to the Padreanan and sent their haught between his knees. And he said to his and said to his darling, go up and look to the flood. And he said I had to go up and look up. And he said, there is nowhere, is there. And the Master said, go down, go down. wieder hin. Sieh mal. Ilia und man sieht mal, sprach er siehe. Es steigt eine kleine Räupe auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Ilia sprach hier hin und sagte ah, spann und fahr hin, damit sich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz verwolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab auf Ruhe hinab und nach Esel und die Hand des Herrn kam über Ilia und er gürtete seine Lenden und rief vor Arab bis er kam nach Jessel. Ah, der Topic would be just so gladi. Let it rain. Das ist einfach so wie bei Schleuchten. Lasst es regnen. Lasst es regnen. This is Elijah who has prophesied or God told you to set away. Ilia, wie er prophezeit hat und ein Wort sagte that it's not going to rain for three years. And nothing happened for three years. und es ist auch nichts passiert. Es war sehr, sehr trocken. No water. They can't find water in the way. It was very tough. Und es war sehr hart. You remember Elijah going to a lady and a widow. And the widow said this is my last food I'm going to prepare for my child and I and when finished eating will die. And everything was dry. Elijah went to a place and the bear were feeding him and the bear were feeding him with food ach so die Vögel haben ihn mit Essen versorgt. And then and then get some water out of some place in the trees und er hat so Wasser bekommen was was sich so in den Bäumen ansammelt und da was zum Teil there is no water ergeben there is nothing nothing to be found no water so Elijah went to Mount Kamel and he challenged the king of Israel and he said if your God is really God and when a God is really God is going to call all your people and I am also going to call my God and we are going to set an altar and what about what you call this stone they were going to fire and it was so arrangiert that the steine and so warn and we are going to fire and to so the prophet Obama and the prophet and the prophet they did all but the gun and they did all but the gun they said they should call that fire will come into the altar and they tried everything so Elijah has nothing more than saying maybe your God is sleeping and Elijah is so to him and he said na vielleicht schläft get him they did all they couldn't do anything Es ist nichts passiert. Ich komme später zu der Nachricht, aber ich habe noch etwas vorbereitet. Elias sagte, Lass mich zwölf Steine arrangieren. Und er sagte zu den Leuten, Füll ihn mit Wasser. Ich möchte mich wirklich herausfordern. Das ist der Punkt. Wenn sie sowieso kein Wasser finden konnten. Drei Jahre ist es nicht möglich. Sie wissen noch nicht mehr, wie sie überhaupt Wasser bekommen. Und du sagst ihnen, Wasser zu füllen. Woher sollen wir das Wasser bekommen? Wie können wir es bekommen? Das ist eine Herausforderung. Und das ist die Herausforderung. Aber die Bibel sagt. Sie sind gegangen. Sie bekommen Wasser. Sie haben uns Wasser bekommen. Sie sagen, Gehen wieder. Ich muss wirklich immer herausfordern. Ich muss wirklich immer herausfordern. Sie sehen, Sie sehen überall ganz trocken. Es ist kein Wasser. Aber der Mann Gott sagte, Füll es bitte. Sie brachten das Wasser. Sie brachten das Wasser. Sie sagen, Go again. Sie haben wieder gefüllt. 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 Weißt du überhaupt woher ist Wasser? Wir sind so weit gelaufen. Es ist so weit gelaufen. Wir haben schon. Es ist hart, das Wasser. Und es ist überhaupt ganz schwierig. Was ist denn ich? Sie sind sogar drei Mal gegangen. Was hast du uns gemacht? Was hast du uns gemacht? Was willst du uns eigentlich sagen? Es ist so hart. Es ist einfach so schwierig. But the people did it. It is obedient. I am here to allow to somebody. If you are obedient to what the Lord is saying, you will see and you will hear a better thing in your life. So, you see, and all the time I will ask myself this when I am reading this list. So oft frage ich mich immer selber, wenn ich diese Passage so lese. Water and fire, it doesn't go together. Wie soll das überhaupt funktionieren, wenn dieses, äh, Wasser und Feuer, äh, Feuer passt doch gar nicht zusammen. Tell me to bring petrol. Also, müsste er ja eigentlich sagen, versuch mir da mit, äh, Benzin reinzubringen. But, no, you put Benzin there. Ist klar, wenn Benzin reingeb. Can I put fire in it? Dann würde es natürlich deutlich brennen. But water and fire, Aber, Wasser und Feuer? It doesn't go together. Wie soll das zusammenpassen? But, like I said, now it's filled with water. Aber, ihr sagt jetzt, jetzt ist es mit Wasser gefahren. Und jetzt ruf ich meinen Gott an. He said, Gott, you know what, let me tell you something, let me tell you something. This is how prophet speaks. And when a prophet says something, so many times, you have heard from God, and they speak. But, another occasion has worked, in one way also, so, he trusts himself. He trusts, that God is in him. So, he said a word, what the hell is from God. and then he pray to it. Because he trusts God enough, that whatever he said, that it will come to God. You see, so, Elijah, God didn't tell him anywhere, in the Bible, that he should go and tell him the Baal people. God didn't tell him to go and set stones. God didn't tell him to close that thing with water. But he went there himself. And he did it. And now he said God. And then he said God. And I have challenged him. And so, and so, and so, and so, can you challenge God? Can you challenge God? Can you challenge God? I want somebody to challenge God. God! What? I've done this. I challenge him more with this. Now, I'm calling you. you're going to ask God. I'm calling God before. I've been calling God before. And he didn't call God before. 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 But now, I said God. I've never heard of it before. Und dann würde jemand Gott fragen, dieser Typ hat dich eigentlich immer angehört. Er hat dich nicht vorher gefragt, und dann macht er das einfach so. Warum sollst du jetzt überhaupt angehört, wenn er dich vorher nicht gefragt hat? Glaubst du daran, dass Jesus Christ von Nazareth in dir wohnt? Dann kannst du jede Situation in deinem Leben ausführen. Dann kannst du auf jeden Fall reinstecken, auch wenn du nichts hast. Du kannst positiv ausführen. Hey! Eine Mutter, das ist passiert! Er sagt auf Deutsch, doch du gerne. He lag ja. Er sagte, na Gott. Gott, he ist in Feuer! Zünde und sende das Feuer! A neuer Feuer sent an Feuer, poch. Das Feuer fiel! Und dann haben sie angebetet und dann sind auf die Knie. Er sagt, Gott auf Isaac! Gott auf Epra, Gott auf Jacob. von Jakob, du bist der wahre Gott, we need miracles for people to know that our God is God. God of Elijah, God is of Elijah, you are true God, and all bow and worship God. Elijah said now, if the Bar-Prophet are false, then I have to stop them, I have to kill them. Whatever Bar-Prophet in your life, you need to live in Jesus' name. Whatever negative thoughts, that is coming on your way, today, or today, out. Out. Because you can't live that life of today, yes, tomorrow, no. You have to be positive. Feel every negative in your life. Destroy every negative in your life. In the name of Jesus. Now, Elijah, that's how he heard from God. Elijah, I'm going to send rain. Ich bin dabei, es regnen zu lassen. Als er das Zugehörte und dieses Wort bekommen hat, ich möchte nicht, dass ihr es glaubt. Ich möchte nicht, dass ihr es glaubt. Aber ich will für euch schon glauben. Weil ich weiß, wer das spricht und woher kommt. Es kommt vom allmähntigen Gott. Derjenige, der sich nie verändert hat. Derjenige, der sich nie verändert hat. Ah ja, also derjenige, der nicht lügen kann. Der nicht lügen kann. Er sagt, ich will es regnen lassen. Und er hat gesagt, ich werde es regnen lassen. Ich wünsche mir einer möglichen Gesung gleich drauf. Beliebe es. Lass uns mal ein bisschen runterkommen. Lass uns mal ein bisschen runterkommen. Lass uns mal ein bisschen runterkommen. Lass uns mal ein bisschen rechts aufkllen. Weil muss ich das machen. Weil er es machen wird. Weil er es machen wird. Er wird es machen. Er wird es machen. Er will es machen. Weil er es immer unseren Segern gelten lassen. Ich sage zu euch, er wird das machen. put his neck on his shoe of the knee like this and he got his servant. So I'm going to call somebody today. Ernest, please come. He said, Ernest, go out there and see. What do you see? What did you see? What did you see? Come back and tell me something. What did you see? What did you see? Nothing. It's going to be wonderful today. It's going to be amazing today. It's going to move. What did you see? Nothing. Go back again. My God is good. My God is good. You're doing great things. You've done amazing things. Yeah, my God is great. What did you see? Go back again. Go back again. You have said it. You have said it. You have said it. And it will come to pass. What did you see? Go back again. Go back again. Go back again. You have said it. You have said it. You need to do it. You need to bless me. You need to say it. Give me whatever I need. What did you see? Go back again. Go back again. Go back again. God, you said you give me my husband. You give me my wife. You will bless me. Do it. You see. I am in the form of a man's hand. You see. Now I show a second. Hello. Come on. God said. He's going to rain. And he has said it will rain. So, so Elias, the rain is waiting. He's going to attend a sign. He didn't attend a sign. He wants to attend a sign. Mancirol don't know the sign. He wants to attend a sign. I am giving you a sign. I am giving you signs. That is going to happen. Das ist passiert, das ist wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. You are all to get it. I said I'm new as somebody is. Get your own time. He said, I saw a small crowd. Ich sah so eine kleine Dingle von ... Like a man who ... Zum Beispiel eine Hand von einem Mann. How can this ring? Wie kann so eine Hand von einem Mann ringen? It's impossible. Das kann doch nicht sein, dass sowas ... Ich will das nicht sein. Jetzt geh und sag, aha, bitte. Ist schon gut bereit. Und sei bereit. John, gut bereit. Sei bereit. Und du kalt deinem. Eif! Geil. 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 Alles. Du hast zu viel. Es wird zu viel. Geil. Geil bereit. Geil bereit. Ahab. Weißt du was auch Ahab? Ahab ist ein König. Ahab ist ein König. Er ist mit einer bösen Frau verheiratet. Yes, Sir. Geil. 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 he should run fast, because God is going to send Regen, pick up your churros, your churros, and run fast, so that the Regen is not going to stop you, but I'm here to tell you something, and the Spirit of God went into Elijah, and Elijah ran and died of the Ahab, you are the horse, you are running so fast with the horse, you come and you, a man, who don't have bicycle, who don't have any car, who don't have any dead, who don't have anything, run ahead of you, as a software is going to be speed up, and someone with this speed, something speed is coming on you, it's so speed, so powerful, So gut, dass sich nichts aufhalten kann. Es wird so schnell. Der Geist Gottes auf dich liegt. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du kannst schneller werden. Ich bin hier um euch zu sagen, die nach irgendwas schauen, gucken, ausschauen. Es wird so schnell. Sehr schnell. Sehr schnell. Sehr schnell. In der Name of Jesus. Sehr schnell. Schau mal. Du kannst Gott nicht lieben und leben das gleiche Leben. Okay. Lass mich das hier machen. Du kannst Gott dienen. Hier. 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 In Bible Business Center. So, hier in Bible Business Center. So, hier in Bible Business Center. So, hier in Bible Business Center. So, genau so wie dein Leben vorher zu werden, weiter zu werden. dein Leben wird sich verändern. Dein Leben wird sich verändern, wenn wenn es haАnutter wird. Es wird auch nur die Kraft Gottes jamais lebens. Dein Leben wird sich verändern. Du bist am richtigen Ort, deshalb wird sich dein Leben auch verändern. Er sagte jetzt. Älha, prepare, get ready, Bible Mission Center, prepare, get ready, get ready for what the Lord is going to do. Heute habe ich ein Wort für die Gemeinde. Ich habe es auch schon letztes Freitag bekommen. Und er hat so nicht das Gefühl gehabt, das zu erzählen. Aber jetzt erzählte er es. Manchmal ist es vielleicht so, wenn ein Prophet etwas sagt, was er jetzt eigentlich damit ausdrückt hat. Vielleicht aus dem Grund, was man aber schon negative Erfahrungen mit solchen Sachen hat. Heute bin ich wichtig, euch da zu sagen, dass das ist das Wort Gottes, was er zu euch bringen möchte. Wir haben jetzt gerade sieben Tage gefasst und von der letzten Woche an bis heute. Und ich bin heute da, euch zu erzählen. Gott möchte euch etwas anbieten. Gott möchte euch etwas anbieten. Das wird dich etwas kosten oder herausfordern. Ich habe es vorher noch nie so hier überhaupt mal erwähnt. Du kannst auch alle anderen fragen. Ich bin nicht da, um mich irgendwie mit Arm auszulenken oder etwas zu verändern oder manipulieren. Und ich möchte euch wirklich nicht manipulieren. Ich kann es ja alleine selber machen. Weil der Tag, als ich so gesandt wurde, um Pastor zu sein, das kam so ein Prophet auf mich zu und hat es mir angebracht was gesagt. Es ist alles wie genuine. Seid ehrlich oder aufrichtig und manipuliert die Leute bitte nicht. Und ich habe es wirklich in meinem Herzen genommen. Seitdem ich auch die ganzen Gemeinden, die heute geplant haben, ich weiß es noch nicht mal ganz genau wie viele ich habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es sind auf jeden Fall einige. Und keine von diesen, die ich gegründet habe, bezahlt mich noch nicht mehr. Du kannst hier testifieren. Ich bekomme keinen Cent von dem Gemeinden. Ich bin wirklich nicht dabei, irgendwas zu verändern und zu manipulieren. Ich bin hier, um euch einfach nur zu sehen. Ich bin hier, um euch zu sagen, das Wort, das der Prophet auch damals gebracht hat. Aber lass mich zu euch sagen, bevor ich das Wort schon angekommen habe, ich habe das auch schon angewandt, bevor ich es überhaupt so her zu euch kam. Because I had that, you know what, just pick something seven. Just pick seven Euro, 70 Euro, 700 Euro, 7000 Euro, 700.000 Euro, 7000 Euro, 7000.000 Euro, 7000.000 Euro, 7000.000 Euro, 7000.000 Euro, 7000.000. Und ich habe gesagt, Gott, wie soll ich das deinen Heutlern sagen? Ich habe Petrus gesagt, werf einfach das Netz raus ins Wasser. Aber er hat nur eins kaputt gegangen. Nein, er hat nur ein Netz ausgebrochen. Mirimald told you to cast a lot of net. Aber er hat nur gesagt, werfen einige, werfen alle aus. Ich habe nur eins ausgebaut. Es ist up to you. How many zeros you want to add? Wie viel 9 an eure Zahl dran, zu der 7? Maybe you don't have it today? Vielleicht hast du das auch jetzt. If you have it today, do it. Aber wenn du es nicht hast, dann lasst es bitte. Ich gebe dir einen Umschlag. Bitte, nimm es bitte nicht für dich, wenn du es gar nicht machen möchtest. Und nimm es auch nicht, wenn du denkst, Alex versucht zu irgendetwas zu engagieren oder zu manipulieren. Aber ich glaube, was ich sage, ich weiß, was ich sage. Bevor ich hierher komme, habe ich schon etwas überwiesen, was ich möchte. Ich habe es schon längst überwiesen, was ich habe. Bevor ich hierher komme, ich möchte euch wirklich nicht irgendwie... Pick ein Hemmler, put it here, setz es ein und bring es zum Altar of God. Und Gott wird irgendwas machen. In your life, you will never forget it. You will never forget it. I say seven, seventy, seven hundred, seven thousand, seven hundred thousand, seven million, seven million. Whatever you can give, it's up to you, add the zero for yourself and I said, I have done it already, I'm not here to tell you anything that I won't do it, I have done it already, so let go, do it to the team. Okay, so now, we are going to pray, as Elijah said, I'm sending the ring, the ring is coming on your life, as you have decided how much you want to give to God, I said, the ring is coming on your life. You know what, David, come, please come, those who want to help, give to them, those who want to help, give to them, those who want to help, give to them, give to them, I said, God is going to do something in people's life, and it's going to be amazing, it's going to be amazing, It's going to be so good, it's going to be so good, so great, ha, hallelujah, those who need it, please, just, we have more here. Okay, so, please, can you be on your feet? The reason for the end of the world for one time, somebody understands the reason for the end of the world for one time. Okay, I said, okay, let me do this again. Okay, this is what I felt, a challenge to do, individually, whatever leads you, okay, and put a small amount of money that you feel God is leading you to put it in. It could be 7 Euro, it could be 7 Euro, or 710 Euro, or 700 Euro, or 7000 Euro, or 777, because we had fast for 7 days. The word, the number 7, it's something good, today, you just put that 710 on that envelope. If it's 7 Euro, put it in, but don't put it in, ask your friend, please. And this is not for Alice, it's not for me, it's for the church, it's for the kingdom of God. Okay, we're giving this to God, trust that, that God is going to do it. As I told you, I said, I don't get a cent from this church. The cent. So don't stand there thinking, hmm, look at me. Nein, 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 nein. Nothing to like me like that. But I'm here to tell you, God is going to do something. God is going to move in your life. Juan will be with this folder, the seed that you are showing, God is going to do something great in your life. He's going to change your system. Er wird irgendwie was verändern. Wir werden die Situation verändern. Wir werden die Situation verändern. Als wir heute gehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Holy Spirit. You are great. You are great. You are great. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Can you give me this whole Zoom fire song again? As we are going to pray. Hallelujah, Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You are great. You are great. You are great. You are great. God is about to do great things. He is changing situations. He is changing lives. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Consuming fire, sweet perfume. His awesome presence fills his play. For this is holy ground. So come and start down. You know what? Your future is very bright. It is so bright. You are going to move from glory to glory. From grace to grace. You have seen this. It is giving you all kinds of attacks. But today, it is going to be an end. It is an end. It is an end. Consuming fire, sweet perfume. You know what? I'm not going to go in a minute. But I'm here to announce to you, whoever is behind your situation, I said it's over. It's over. It's over. It's over. Because God has given you a bright future. Sie wollen Sie schreien. Öffne Ihre Hände. Schöne Ihre Hände, Herr Salva. Gott hat Sie gebeten. Gott hat Sie gebeten. Musik 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 Amen. We just pray now, because the sickness happens in the name of Jesus. You are free, and you are free indeed, for the Son of God, as pronounced unto you, you are free in Jesus' name. You are free, and you are free, and you are free. Leben, 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 in the name of Jesus. 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 Jesus, bitte. Amen. Amen. Beweggen. 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 Hemifax. Somebody is getting healed now. Somebody is getting healed right now. Hide right now. Receive your healing Receive it now. Ich bin jetzt in Jesus' Name. Oh, ich bin jetzt in der Zeit. Danke, mein Gott, mein Gott. Vater, heute, 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 let's it raise in people's life with money. Let's it raise in people's life with money. Don't you dare always your businesses. Hey, hey. It's growing. It's growing. Whatever you're doing, it's growing. It's growing. It's growing. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. You are great. You are great. Thank you. Thank you. Thank you. I'll get so better. Let me rise. Let me rise. Let it rain. Let it rain. Let the power of God. Let the power of God. Let it rain. I need you right now in Jesus' Name. Receive the power of God. And I'll touch everyone. Schmerz. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. In Jesus' name. Power of God. You are great. The enemy you stole away. Today, Jesus, Jesus is bringing it back. In the name of Jesus. Receive your sight. Receive your sight. In Jesus' name. God is good. God is good. God is good. Amen. Amen. If you can't go now, I have to pray for you. Let me pray for you. Church, lick up your hands. Don't look at the time today. Let God do what he's doing. Please believe what God is doing in life. Don't doubt what God is doing. 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 I want to pray for you. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Move now. Move now. And do great things right now. Mao is good. знаю6 all of the night Jesus Christ Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 in Jesus' name in Jesus' name in Jesus' name I bless you my God I bless you I bless you in Jesus' name I bless you we must trangle to prison what a mighty God what a mighty God glory glory hallelujah everything everything about you is great you are great you are great you are great you are you are great you are great everything about you is great you are great you are great you are great you are great everything everything about you is great you are strong you are what a mighty God Jesus glory hallelujah glory hallelujah everything everything is great everything is great Musik Musik Everything written by God is great I'm telling you, yes, everything that God has said about you is great I spent greatness I spent greatness In your life, in Jesus' name Give God a clap for this one He's got a clap for this So, we're going to be there We're going to be there We're going to be there Somebody asked me last week I said, what? This is what you're doing all this I know you're from five years ago I said, yes, I've changed Okay, I've changed It's simple I don't want to go far Yes, I've changed There is nothing that we don't want to do Everything we want to do Alles was wir wollen, das machen wir auch damit Ich möchte jeden ermutigen damit Let us keep going And I want to encourage those who have a faster class Ich möchte auch dir ermutigen, die die gepassten Zeit für uns gemeinsam beteiligen Gott, die 7 Tage Die 7 Tage Die ist vielleicht nicht mehr an der Welt Gott, 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 auch rein Ich bin ein Tag Und die ist auch mal ein Tag Auf der Oder wie es ist der Amt der Tag Ich sage, Gott, Gott, alle rein 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 Ich sage, Gott, alle rein Amen 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 Wie gesagt, einer hat gefragt, warum passt das in die Hand? Und später wird sie mich wieder sehen und sagen, ist das Alex? Sie sagen, du musst es so machen, bevor du dich gut sehen möchtest. Sie sagen, du kommst in die Gemeinde. Mit deinem Freund an deinem Seite. Ich bin hier. Ich sage, du kommst in die Gemeinde mit deinem Freund an deinem Seite. Du kommst in die Gemeinde. Du kommst in die Gemeinde. Vielleicht kommst du in die Kirche mit dem Bicycle diesen Tag. Ich bin hier, um jemanden zu holen. Start zu bekommen. Start zu bekommen. Start zu bekommen. Start zu bekommen. Schau dir auf. Du kommst in die Kirche an. Heute예요. Du kommst hier. Du kommst hier vorbei. Bei dir. Auf den Fuß? Ich gehe. Warte, wasて. Warte. Ender Herrs. Warte. Sehr gut. Deringe. Ich gehe. Okay, okay, let me end here. It's okay. God bless you. I bless you. I give you everything you need in life. In Jesus' name. Amen. 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 So, I'd like to invite, let us pray for the offering. Oh, Father, we thank you for the offering. Oh, Father, I pray, oh, Father, that whoever has given, oh, Father, that you may bless them. And those who could not, oh, Father, that you also bless them, oh, God. Und dass diejenigen, die es nicht irgendwie lieben konnten, dass du sie trotzdem segnest. We thank you, Father, that you may also use it in the right way. Oh, Father, wir bitten dich, dass du uns hilfst, das richtig einzusetzen, das Geld. We thank you to your God. We thank you to your God. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. In the name of Jesus, I pray and believe. Amen. Amen. If you are here for the first time, if you are here for the first time, we'd like to welcome you. Würde ich gerne willkommen heißen. Gibt es jemanden? Yes. 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 My name is Martha. He is from Ghana. And I came to Isabel at the church. Hopefully, I'll be coming until I go back. Mein Name ist Josef Falkano. Ich werde weiter worshipen. Mein Name ist Josef Falkano. Ich bin hier für den Sommer. Ich sah die Team von Flensburg. Sie haben mich gefragt. Wir haben gestern ihr Seelen und ja. Let's praise them and welcome them here. Wir haben noch einen. Ich bin hier. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Steh auf. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit hier. Und ich hoffe und glaube, dass ihr gesegnet seid, so wie wir auch gesegnet sind. Amen. Amen. So, der Announcement. Die Bekanntmachungen. Tuesday, am Dienstag. Wir haben, um 17.30 Uhr. Triff um 17.30 Uhr. Der Worship Team. Das Lombas Team. On Wednesday, am Mittwoch. 18.30 Uhr. Es ist um 18.30 Uhr. Bible Study. Die Widerstücke. At 17.30 Uhr. Am Dienstag. Am Donnerstag. Wir haben wir am 7.00 Uhr. Weibungsamt. In Freitag. Am Dienstag. Am Dienstag. Am Dienstag. Und am Dienstag. Wir haben am Dienstag. Am Dienstag. Geht um 2 Uhr Evangelism Time, geht wahrscheinlich das Evangelisationsteam wieder raus und wir müssen passen. Und unser Service hier am Simeon ist always at 11. Und unser Gottesdienst hier ist jeweils Sonntags um 11 Uhr. So be here. Seid wieder da. Amen. Hey, from my day to Sunday, you had to hear from your Geburtstagszeit pro Tag. Oder heute? The whole week if someone had a birthday, we'd like to sing for you. Kein Geburtstag. Kein Geburtstag. Okay. Ihr kommt wahrscheinlich immer dann. Einen Tag ein Wochen Pause und dann kommt ihr wieder. Das ist kein Wasser. Also wenn du noch so�schalt bist, dann kommen ja nur wieder mal wieder. Und dann kommt ihr wieder in ein Wochenende und dann bin ich hier. Und dann wir singen für ihr. Und dann kommt der Beschreibung. So, jetzt um den Service, wir haben hier für uns. Dann können wir willkommen hier essen und mal wieder auf uns und ein V зачем. Das ist es so glücklich, dass wir im Heiligen, was wir heute haben. Amen. Amen. Halleluja! Amen! So, bitte, lasst uns auf, und lasst uns noch mal beten. Diese Gemeinde! Ich zeige euch, wenn ihr hier seit sechs Monaten seit sechs Monaten seid, und noch nichts tut, wir müssen einen Doktor für euch nennen. Wir möchten, dass wir alle teilhaben. Also, seid bereit! Aber diejenigen, die heute hier zum ersten Mal sind, nach dem Gottesdienst möchte ich gerne noch drei Minuten kurz vor sprechen. Aber es ist drei Minuten, lass mich wissen. Okay? Also, lasst uns jetzt noch beten. Vater, in der Name von Jesus, ich danke dir so sehr für deine Güte. Ich bete, mein Herr und mein Gott, hilf uns, dein Wort gehorsam zu machen, damit wir das tun, was dein Wort sagt. Ich bete, mein Gott, von heute an, wir werden andere Leben leben. Ein Leben voller Autorität. Ein Leben voller Kraft. Ein Leben voller Güte. Ein Leben voller Güte. Prosperity. Und Wohlstand, Frieden und Freude. Wir bedanken dir. In Jesus' Name. Amen. 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 Und du darfst eins, Mistel? Es rinnt. Es rinnt. Es rinnt. Es rinnt. Nicht Wasser, sondern Riegwasser. Nicht Wasser, Regenwasser, sondern Wasser des Segens. In deinem Leben. Amen. Amen. Die neuen Leute, bitte, lass uns kurz drei Minuten reden. Amen. Amen. Dankeschön.